Nachdenkseiten. Die kritische Website. Ich muss weg. Gesundheitsminister verhindert unabhängige Patientenberatungsstelle und verkrümelt sich. Von Ralf Wurzbacher. Gemeinsam mit den Krankenkassen serviert Karl Lauterbach die führenden Patientenorganisationen beim geplanten Aufbau einer wirklich unabhängigen Servicestelle für Ratsuchende im Gesundheitswesen ab. Der Vorgang sorgt allseits für Empörung und provoziert eine Sondersitzung des zuständigen Bundestagsausschusses. Trotz Sommerpause sind dessen Mitglieder fast komplett vertreten. Bloß einer fehlt. Der verantwortliche Minister. Der schickt lieber seine Staatssekretärin vor, die mit Wissenslücken glänzt und behauptet, alles laufe nach Plan, während in Wahrheit gar nichts läuft. So wird das nichts mit der neuen UPD-Stiftung. Auftrag erfüllt. Als sich am Mittwochabend die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Bundestages zu einer Sondersitzung zum Thema Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD, zusammenfanden, glänzte die entscheidende Figur durch Abwesenheit. Obwohl das Treffen nur für ein Stündchen angesetzt war und dazu bloß als Online-Austausch, blieb Karl Lauterbach, SPD, der Runde fern. Für den Bundesgesundheitsminister gab es Wichtigeres zu tun. Den lieben langen Tag machte er Werbung für die elektronische Patientenakte EPA und das sogenannte E-Rezept. O-Ton, wir sind im Bereich der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems ein Entwicklungsland. Das ist leider so, wir brauchen daher eine Aufholjagd. Nebenbei versprach er die zügige Einbringung eines Gesetzes, das der Forschung der Pharmaindustrie sowie den Krankenkassenzugang zu deutlich mehr Gesundheitsdaten verschaffen soll. Natürlich anonymisiert und mit höchsten Sicherheitsstandards. Das Portal Netzpolitik.org hatte schon Ende Juni über die Planspiele befunden, dass die Reformen zulasten der Versicherten und des Datenschutzes gingen. So wolle Lauterbach sogar den Datenhandel mit den USA intensivieren. Die Aussicht als gläserner Patient in der Entwicklungsabteilung von Bayer, Rocher oder mitten Pfizer zu landen, dürfte viele Menschen verschrecken und nicht weniger alarmieren, das Gespräch mit einem Patientenberater zu suchen. Allerdings könnte die Suche erfolglos bleiben, weil es die UPD wohl schon bald nicht mehr gibt. So wie Lauterbach glänzt die dann nämlich auch durch Abwesenheit, und zwar auf Betreiben von Herrn Lauterbach. Die Nachdenkseiten hatten vor zwei Wochen im Beitrag abhängig beraten über die üblen Machenschaften zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und dem Bundesministerium für Gesundheit, BMG, beim vermeintlichen Aufbau einer UPD als neu zu gründende Stiftung berichtet. Planmäßig soll dieser am 1. Januar 2024 an den Start gehen und die alte, noch unter dem Dach des Callcenter-Betreibers Sanvatis befindliche UPD nahtlos ablösen. Das erscheint jedoch höchst unwahrscheinlich, weil praktisch noch keinerlei Vorarbeiten erledigt sind. Beschlossen wurde, das entsprechende Gesetz erst im März und mit der Aufgabe, die neue Satzung anzufertigen, ausgerechnet der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, GKVSV, betraut. Das allein ist ein Irrwitz, sind es doch die Krankenkassen, gegen die sich die große Mehrheit der bei UPD eingehenden Beschwerden richtet. Vor allem geht es dabei um Konflikte rund um Leistungsabrechnungen. Der Spitzenverband habe schon seit den ersten Tagen der UPD alles unternommen, die Arbeit der gemeinnützigen, in gesetzlichem Auftrag tätigen Organisation zu torpedieren, sagte Gregor Bornes von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen BAGP gegenüber den Nachdenkseiten. Er ist überzeugt, die wollen das Ding kaputt machen und jetzt holt man zum letzten Schlag aus. Der ehemalige UPD-Geschäftsführer Sebastian Schmidt-Kähler formulierte dies Anfang August in einem Beitrag für den Tagesspiegel so. Für ihn, den GKVSV, galt von Anfang an das erste Gebot, wonach die gesetzlich Versicherten keine anderen Ansprechpartner haben dürfen als die Krankenkasse. Die politische Havarie der UPD sei insofern ein trauriges Beispiel für Staatssystem und Politikversagen, sowie ein Pyrussieg der Engstirnigkeit. Das Mittel der Wahl ist dabei, den Gang der Dinge mit allen Tricks zu verzögern. Hier spielt den Kassen ein weiterer Konstruktionsfehler in die Hände. Tatsächlich soll der GKVSV nicht nur die Satzung schreiben, sondern die komplette Finanzierung von jährlich 15 Millionen Euro stemmen. Aus dieser Position heraus konnte der Spitzenverband dem BMG bereits im Gesetzgebungsprozess Zugeständnisse abbringen, die im Fall der Umsetzung der Unabhängigkeit der Servicestelle abträglich wären. Das erscheint durchaus nachvollziehbar, denn als Zahlmeister will man immer auch die Musik bestimmen. Dagegen hatte die Mehrheit der im Parlament angehörten Sachverständigen für eine steuerfinanzierte UPD plädiert. Der Spitzenverband selbst dreht sogar zu diesem Weg. Dass sich am Ende die SPD gemeinsam mit der FDP durchsetzte, mündete laut Katrin Vogler in einer Katastrophe mit Ansage. Damit habe man den Krankenkassen das Heft des Handelns überlassen und natürlich Begehrlichkeiten geweckt, äußerte sich die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke im Gespräch mit den Nachdenkseiten. Am Rockzipfel der Krankenkassen Jedenfalls meldeten die Krankenkassen Wochen nach Verabschiedung des Gesetzes weitere Ansprüche an. Und weil das Ministerium zunächst nicht lieferte, beschloss Mitte Juni der GKV-SV-Verwaltungsrat, die Arbeit an der Satzung kurzerhand zu boykottieren. Die Erpressung wirkte, denn ohne Satzung kann die UPD nicht rechtzeitig bzw. niemals startklar werden. Also vereinbarten der Verwaltungsrat und Lauterbach vor drei Wochen in geheimer Kungelrunde, die UPD-Stiftung unter die Quasi-Herrschaft der Krankenkassen zu stellen. Demnach soll der Spitzenverband weitreichenden Einfluss bei der Bestellung des Vorstands auf die Finanzen und die Beratungsinhalte nehmen. So sollen etwa Themen zur Pflege fast komplett aus dem Leistungskatalog gestrichen werden. Das sorgte für einen Proteststurm bei den maßgeblichen Patientenorganisationen, darunter der Sozialverband Deutschland SOVD und der Bundesverband der Verbraucherzentralen VZBV, die mit ihrem Zutun die neue UPD eigentlich mit Leben füllen sollen. Promt kündigten sie an, ihre Beteiligungen aufzukündigen und bekräftigten dies am Mittwoch von Neuem. Eine UPD am Rockzipfel der Krankenkassen ist für die Patientinnen nichts wert, erklärte VZBV-Vorstand Ramona Popp. Sollte eine unabhängige und staatsferne Tätigkeit nicht zweifelsfrei möglich sein, werde sich ihr Verband vollständig aus der Mitwirkung an der UPD-Stiftung zurückziehen. Denn ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Das wäre verständlich, aber eben auch genau das, was die Kassen wollen. Eine UPD unter ihrer Fuchtel oder besser noch gar keine UPD. Passend dazu folgerte am Donnerstag das bestens informierte Ärzteblatt, eine Stiftung ohne Patientenvertreter sei durchaus denkbar, dann jedoch nur unter Aufsicht und Vorgaben von Politik und Krankenkassen. Und weiter? Damit hätte der GKV-Spitzenverband sein Ziel erreicht, die UPD weitgehend abzuschaffen. Beschäftigte entsorgt Ob mit oder ohne Patientenvertreter, eine arbeitsfähige UPD zum Jahresanfang ist schon jetzt nicht mehr vorstellbar. Allein um den Rahmen der Stiftung zu schaffen, braucht es sechs bis acht Monate, weiß der amtierende UPD-Frontmann Torben Krumm wieder. Erst dann kann ein Vorstand berufen werden, der dann erst damit anfangen kann, neue Mitarbeiter einzustellen, erläuterte er gegenüber den Nachdenkseiten. Aktuell befindet sich die UPD in Gestalt einer San Vates-Tochter in der Abwicklung. Die noch bestehende 120-köpfige Belegschaft erhält am 1. September ihre Entlassungspapiere, die zum Jahresende wirksam werden. Viele der Beschäftigten würden sich einen anderen Job suchen und stünden dann für den Neuaufbau nicht mehr zur Verfügung. Für Krummwiede deutet alles darauf hin, dass man an der UPD kein großes Interesse hat. Und aus seiner Sicht ist es ziemlich sicher, dass der Betrieb mindestens vorübergehend eingestellt werden muss. Lauterbach hatte hingegen bis zuletzt weißzumachen versucht, die Geschäfte könnten übergangslos weiterlaufen und alle Beschäftigten in die neue Struktur überwechseln. Davon will BMG-Staatssekretärin Sabine Dittmar SPD, die ihn bei besagter Sondersitzung des Gesundheitsausschusses vertrat, plötzlich nichts mehr wissen, was laut Ärzteblatt einer vollständigen Kehrtwende gleichkommt. In einem vorab an die Ausschussmitglieder gerichteten Schreiben hielt sie fest, ein Betriebsübergang, also ein lückenloser Bestandsschutz für Arbeitnehmer, seitens des Gesetzgebers sei bewusst nicht vorgesehen gewesen und man habe den Mitarbeitern keine verbindliche Arbeitsplatzzusage gemacht. Danach befragt, nannte sie die erfolgten Kündigungen in der Sitzung eine Formalie, die man nicht hätte verhindern können. Die Geschasten hätten aber die Sicherheit, sich wieder bewerben zu dürfen. Nur warum sollten sie das tun, wenn eine Fortführung der UPD in den Sternen steht? Gründung im Schweinsgalopp Aber Dittmar ist Optimistin. Sie glaubt weiterhin an eine funktionstüchtige Stiftung zum 1. Januar, wie gestern das Ärzteblatt unter Berufung auf Beteiligte schrieb. Dazu solle die Satzung bis Mitte des Monats vorgelegt und bis Ende August durch das BMG und den Patientenbeauftragten der Bundesregierung geprüft werden, um sie Anfang September bei der zuständigen Stiftungsbehörde einzureichen. Laut Vogler von der Linksfraktion ist das ein sportlicher Fahrplan. Weil die Behörden der Länder teilweise bis zu zwölf Monate brauchten, um eine Satzung zu prüfen, war von Anfang an klar, dass es keinen nahtlosen Übergang geben wird. Allerdings weist die Frau Staatssekretärin noch andere Wissenslücken auf. Dass die Patientenorganisationen ihre Unterstützung annullieren wollen, wie sie dies mehrfach bekundeten, sei ihr nicht bekannt. Sie habe dazu kein offizielles Schreiben erhalten. Nach Einschätzung des CDU-Gesundheitspolitikers Hubert Höppe haben sich die Bedenken eher verstärkt, dass die UPD am 1. Januar 2024 noch funktionsfähig ist. Es sei verständlich, dass viele qualifizierte Berater sich jetzt andere Arbeitsstellen suchten, befand er am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Zusätzliche Probleme erwüchsen durch die Beschaffung neuer Hard- und Software mittels einer europaweiten Ausschreitung. Der Fehler, die Stiftung durch die Krankenkassen zu finanzieren müsse, dringend korrigiert werden. Außerdem müsse der jetzige Betrieb um ein Jahr verlängert werden, um den Aufbau vernünftig gestalten zu können, empfahl Höppe. Lauterbach warf er vor, die UPD fort die Wand zu fahren. Reißleine ziehen Das fürchtet auch Vogler, auf deren Antrag die Sondersitzung einberufen worden war. Wie sie davor schon angemerkt hatte, sei es praktisch ausgemacht, dass die Aufstellung der neuen Stiftung mindestens aufgeschoben wird, wobei Verzögerung kann auch Verhinderung bedeuten. Nach dem Treffen sind ihre Sorgen nicht verflogen. Durch den Kuhhandel mit Lauterbach könne der Spitzenverband eine UPD ganz nach seinem Geschmack gestalten und die Patientenorganisationen zu Feigenblättchen machen. Dass die das mit sich machen ließen, halte sie indes für unwahrscheinlich. Ihr Appell? Es wäre jetzt an der Zeit, die Reißleine zu ziehen und eine Stiftung in öffentlicher Hand aus Steuermitteln zu gründen, die dann wirklich unabhängige Beratung organisieren kann. Wie lautete noch das Versprechen der Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag? Die unabhängige Patientenberatung UPD überführen wir in eine dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen. So wie es aussieht, wird daraus nichts werden. Sprich, keine Staatsferne, keine Unabhängigkeit und vielleicht auf Dauer gar nicht existent. Selten gab es eine Lüge so gedruckt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir sehen uns über die nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.